Ich bewundere halt ihn, der jetzt noch da ist und der die Aufmerksamkeit, Spanne hat und die Energie jetzt noch zuzuhören. Ursprünglich war das ja sozusagen mein erster und einziger Beitrag, also wenn einfach so ist, am schwersten fällt und es bezieht sich jetzt halt stärker auf die Selbstorganisationsprobleme von ADHS, beziehungsweise Störungen höherer Handlungsfunktionen, wie es so schön heißt, oder Exekutivfunktionen. Und ich habe im Augenblick einen Patienten, der bei uns in der Klinik ist, den habe ich halt mehrfach zu einer Belastungserprobung nach Hause geschickt. Die Aufgabe, die er hatte, war eigentlich eine relativ simple, also er hat mir so eine feihäufig erzählt, er hätte da so einen Konflikt mit dem DHL-Postbooten gehabt. Also der DHL-Postboote ist, also kommt ziemlich häufig, weil er kauft halt ziemlich viel bei Amazon und natürlich weiß der DHL-Bote, wo er wohnt, nämlich in so einem Mietshaus und zwar da, wo es kein Klingelschild gibt. Also beziehungsweise gibt es ein Klingelschild, aber da ist halt kein Name drauf. Und jetzt hatten die halt einen wilden Streit, dass der DHL-Postboote doch wissen müsste, dass der Herr XY dort wohnt, wo kein Klingelschild ist. Aus ADHS, das ist total logisch, oder? Die Schwierigkeit war jetzt, wie kriege ich Herrn XY dazu, dass er halt den Namen auf diesem Klingelschild hinbekommt. Weil er hat halt gesagt, im Prinzip wäre das halt gar kein Problem, er hätte dafür auch, also ich extra so ein Gerät, also mit irgendeiner Pistole, wo er dann halt diese Namensbuchstaben einprägniert, also das muss ja dann auch richtig kompliziert sein, aber er hat damit so viel beschriftet in seinem Ordnungswahn, nur nicht das Klingelschild. Und jetzt müsste er halt eigentlich nur so eine neue Kassette kaufen, aber da kommt immer was dazu. Und wir haben dann halt ungefähr eine halbe Stunde darüber diskutiert, ob es sinnvoll ist, eine Klingel zu beschriften, und kamen dann zu dem anderen Thema, dass er halt schon seit über einem Jahr sein Zimmer streicht. Also das heißt, er hat drei Wände schon fertig, aber die vierte Wand halt nicht. Also das heißt, das Zimmer besteht halt aus drei gestrichenen Wänden, sehr viel Krepppapier und einer grauen Wand. Und beide diese Aufgaben hat er halt zweimal nicht hinbekommen, also wir haben ihn extra nach Hause geschickt, mit der Aufgabe, dass er halt einen Handlungsplan macht, also ein Klingelschild fertig machen und Wand zu Ende streichen. Und es kommt halt immer wieder was dazwischen oder er bricht halt bei den Aufgaben mittendrin rum, also aus. Und ich habe jetzt so gedacht, ein schönes Beispiel hier ist, ich weiß nicht, ob man das jetzt so von der Helligkeit sieht, das soll ein Sofa sein und zumindest mir geht es jetzt so ein bisschen so, also jetzt auf dem Sofa liegen und ein bisschen relaxen wäre ganz schön. Wir haben oben im Referentenraum, ja nicht ein Sofa, aber eine Liege. Sehr verlockend, dann wäre ich aber nicht wieder runtergekommen. Mal gucken, ob das zeigt. Nee, zeigt er nicht. Na ja, gut. Das, was man jetzt nicht sieht, dieses Sofa hat halt eine schöne Oberfläche, aber ist halt ADHS-gerecht improvisiert. Und das ist jetzt sozusagen das Typische bei ADHS, weil wir finden halt irgendwie immer so ein Workaround oder einen Fix, ist, aber leider ist es halt auch bei den Kindern so, die entwickeln halt irgendwie immer Strategien bis hin zu einer Maske, dass es nach außen alles anscheinend in Ordnung ist, aber eigentlich sieht es darunter ziemlich übel aus. Und diese Selbstwertproblematik, die hatte ich ja schon in dem ersten Vortrag angesprochen, das ist eigentlich das, was den Leidensdruck ausmacht. Es ist nicht die Konzentration, es ist nicht die Abdenkbarkeit, es ist auch nicht immer die Impulsivität, sondern so ein Sofa irgendwie hinzubekommen, und damit eben im Alltag zu leben, das bricht halt häufiger mal zusammen. Dies hier ist von einem Coach in den USA, den ich ganz interessant finde, das ist ein Buch von ihm, glaube ich, aber das, was er beschreibt, ist etwas, was er The Dip nennt, und zwar quasi so, man strengt sich an als ADHSler, und dann kommt, also man ist gerade so richtig schön in Fahrt, und dann geht es wieder schief. Und jetzt gerade bei unseren Kindern ist es so, The Dip ist eigentlich, passt das so ganz gut, das ist immer so vor den Nostelferien, wenn die Lehrer so sagen, ja das mit der Versetzung, das ist halt sehr fraglich. Also es geht zu Beginn des Schuljahres, geht es immer noch, und da kommen die allerhöchsten Erwartungen, die Kinder versprechen uns auch, ja diesmal Lateinvokabeln, ich weiß, das ist also ganz wichtig, dass ich die auch mal mir angucke, vielleicht sogar lerne, und mich irgendwie vorbereite, mache ich alles, ganz bestimmt, und dann ist es auch zuerst so, und dann kommt irgendetwas, und die Anstrengungsbereitschaft bricht wieder zusammen. Noch schlimmer ist es halt, wenn ADHSler gute Lehrer haben, die sozusagen in der Anfangsphase die Kinder halt bestärken, und sagen, Mensch, du kannst es doch, toll, was du so bringst. Und wenn dann die Anstrengungsbereitschaft so um Ostern, oder irgendwann, ja so Oktober, wenn das nachlässt, also wenn die, und zwar jetzt nicht von dem Schüler, sondern vom Lehrer, wenn der halt sagt, ja jetzt müsst ihr das doch kapiert haben, je länger man etwas macht, desto weniger klappt es. Und ich habe da so dieses klassische Beispiel, das ist, ich glaube, bei Herrn Kolja, bei dem Koch, da hat einer von meinen ADHS-Eltern, hat er halt gesagt, Mensch, er hat so einen Jugendlichen, quasi so wie mein Jonas, aber ein bisschen älter, der schon ein paar Lehren nicht geschafft hat, und die sind dann halt häufiger bei Kolja da zum Essen gewesen, also Kolja Kleeberg, und dann hat der gesagt, ja unter uns Köchen gibt es auch wieder, mit der ADHS war gar kein Thema, ich habe da eine Idee, was ich mit deinem Junge mal mache, bring den mal nächstes Wochenende mit, da ist ein großes Bankett. Und dann hat er halt mit dem Jungen gesprochen, und hat gesagt, du weißt du, ich habe da halt eine geniale Idee, auf diesem Bankett ist auch Boris Becker und eine seiner neuen Flammen, und wir machen da etwas, womit du jede Frau um den Finger wickeln kannst. Es gibt, also wir machen da halt erstmal ein großes Buffet und eine Vorspeise, und dann gibt es zum Nachtisch Crêpes Suzette. Also, ich sage jetzt mal ein bisschen Pfannkuchen mit Orangen flambiert, und dein Job ist, die Orangen zu filetieren. Wenn du das bei deiner Freundin dann machst, also wenn du ihr morgen früh dann einen, also einen Obstsalat mit filetierten Orangen machst, dann erfüllt die dir jeden Wunsch. So, das war halt Motivation genug, Kolja erklärt ihm halt, wie das geht, macht das vor, und die lässt ihn dann halt das machen, und der filetiert sozusagen diese erste Orange, das ist mehr oder weniger Orangenmus, geht gar nicht, bei der zweiten hat das total aus. So, und dann sagt Kolja Kleeberg, jetzt noch 300. Damit war das Praktikum beendet. Also die Ausdauer, das kriegen die meisten ADHSler nicht hin, es sei denn, wir schaffen es kontinuierlich, die Anstellungsbereitschaft zu halten und zu fördern. Und das ist einer der Fehler, die wir Eltern häufig machen. Wir erwarten, in der ersten Woche geht es super gut, und je länger man dabei ist, desto stärker ist es noch. Und da sozusagen den langen Atem aufrechtzuerhalten, über Motivation, über Abwechslung, aber auch so ein bisschen so eine Art Anfeuerung, wie bei einem Fußballtrainer, das ist halt die Kunst im ADHS-Management. Also das heißt, ADHS ist eine Selbststeuerungsproblematik. Je mehr man sich anstrengt, desto weniger gelingt es. Also das kennen Sie vielleicht auch, wenn Sie Kinder mit ADHS haben, wenn die für eine Klassenarbeit gelernt haben, ist das überhaupt nicht der Beweis, dass dann das Ergebnis gut ist. Und wenn Sie halt 30 Minuten, also mein Jonas fährt jetzt halt mit meiner Frau morgens 30 Minuten zur Schule, wenn der sich 30 Minuten während der Fahrt in der Dunkelheit auf etwas vorbereitet, kann er eine 2 oder 1 machen. Also wie bringen Sie da einem Kind bei, dass es sich anstrengen soll? Und wir haben das ja eben auch in dem tollen Vortrag gehört, also es ist eben häufig so, dass die Komorbiditäten oder die ganzen Probleme, das erscheint erst mal uns Ärzten oder dem Psychologen total unlogisch, wie sich das verhält. Und die Schwierigkeit bei ADHS ist halt, das bedeutet nicht, dass man sich nicht konzentrieren kann, sondern die Konzentration ist ungleichmäßig und sie ist halt wie so ein Magnet, also das, was interessant ist, das zieht einen an, uninteressant ist, Langeweile, Monotonie, Ungerechtigkeit stößt einen ab. Und da können Sie noch so viel tun, das ist dann sehr, sehr schwer, sozusagen einen ADHS-Ther in die Schule zu bekommen. Wir hatten das jetzt in der Nachtüberschaft, ein Junge, der wird jetzt dummerweise von der Schule auch noch sozusagen gehalten, also der geht jetzt halt seit mehreren Wochen nicht mehr zur Schule. Und da ist mein Sohn dann hin und hat versucht, mit dem Justus zu reden und hat gesagt, das finde ich total doof, was du da machst, du ärgerst uns, du ärgerst deine Eltern. Und der Hintergrund bei dem Justus war, er sagt, niemand mag mich. Also eine Selbstwertproblematik, er fühlt sich da total ausgestoßen. Aber eigentlich ist es so, dass sein Gehirn nicht angeschaltet ist. Also das heißt, es gibt nichts, was ihn in der Schule sozusagen aktiviert, wo er das Gefühl hat, er wird gebraucht oder da ist etwas, was sein Gehirn anmacht. Jetzt kamen seine Eltern auf die Idee, dass vielleicht ein Hund das erledigen könnte. Ja, der Hund lebt jetzt bei Großeltern. Also das kann manchmal funktionieren, tiergestützte Sachen oder irgendetwas, was neu, spannend, herausfordernd ist, aber bitte machen Sie es nicht über ein Tier. Das Tier kann dafür, also oder jedenfalls nicht über ein Hund, Meerschweinchen oder sowas. Aber im Prinzip geht es darum, also ADHS braucht eine Aufgabe, die Sie halt weiter verfolgen. Ich sage das halt bei meinen Patienten, die sollen mal mit einer Zimmerpflanze anfangen. Also wenn Sie die ein Jahr sozusagen überleben lassen, ich schaffe das immer nicht. Also meine Zimmerpflanze, meine Frau hat das jetzt wieder versucht, bei mir in den Tisch hoch. Also ich weiß nicht, Sie müsste mich jetzt nach über 14 Jahren eher kennen, aber vielleicht klappt es jetzt, dass ich weiß, dass meine Zimmerpflanze nicht vertrocknen lässt. Und dieser lange Atem ist halt das Problem der Selbststeuerung. Und ich habe jetzt zu mir mal vier Eckpfeile, also ich könnte jetzt sicher noch ein paar andere nennen, die für mich wichtig sind in der ADHS-Therapie. Also erstens, wir brauchen etwas, was das Gehirn anmacht. Und das meine ich durchaus wortwörtlich, aber es ist bei einigen so, dass es so eine Art Bereitwilligungsschalter gibt. Also das heißt, nur wenn etwas so ist, dass man halt das Gefühl hat, ich bin Chef in eigener Sache, also ich mache das halt, weil ich es richtig finde, dann klappt das bei jemandem mit ADHS. Das zweite ist dann, dass nicht Psychotherapie der Schlüssel zum Erfolg ist, sondern Coaching, wobei wir auch als Psychotherapie Therapeuten-Coaching-Ansätze verwenden. Das dritte ist, wir müssen unsere Erwartungen anpassen. Und das vierte, da werde ich wahrscheinlich viel zu kurz drauf kommen, wir müssen was für uns selber tun. Also jetzt sowohl die Eltern, aber auch Lehrer, Erzieher, es ist unglaublich anstrengend, mit den ADHS-Strukturen sozusagen klarzukommen. Und sehr, sehr häufig ist es so, wir machen ganz, ganz viel für die anderen und wundern uns, dass wir selber auf der Strecke bleiben. Das ist auch nicht gut. Schauen wir mal, also das ist das erste physikalische Grundgesetz bei ADHS, also ein ADHS-Verrat im Zustand der Ruhe und der gleichförmig gradlinigen Bewegung, sofern er nicht durch einwürfende Kräfte zur Änderung seines Zustands entzwungen wird. Also soviel zu dem Thema, dass ADHSler hyperaktiv sind. Also versuchen Sie mal, meinen Sohn irgendwie dazu zu bringen, sich auf eine Klassenarbeit vorzubereiten oder vom Computer wegzubringen. Genau. Das Problem ist natürlich, einmal in Bewegung reicht die Bremse nicht für die Power des Turbogenes. Also das heißt, es gibt Aktivitäten, da sind die dann nicht wieder zu bremsen. Nur leider ist das nicht immer das, was wir uns da gerade wünschen, was sie da tun. So. Wir als Erwachsene, wir haben jetzt die blöde Aufgabe, dass wir die nicht vorhandene Frontalhöhrenfunktion, also sprich hier vorne, was bei pubertierenden Kindern eh schon Baustelle ist. Dieser Bereich hat bei ADHSler eine Entwicklungsverzögerung von 30%. Das ist so ein bisschen so, wie wenn Sie jetzt halt bei Nebel belinden über die Autobahn und düsen. Das muss mehr oder weniger schief gehen und eine der Aufgaben ist halt, die Schäden zu minimieren. Also das heißt, die Jugendlichen durch die Phase der Pubertät, also ohne größere Schäden zu bringen. Und das bedeutet auch für uns Erwachsene, egal ob wir jetzt Eltern sind oder Therapeuten oder Erzieher, diese Herausforderungen sind alles andere als leicht. Dies hier ist jetzt halt auch noch mal so etwas Schönes. Also als Teenager ist es halt auch noch mal grundsätzlich schwierig. Also das heißt, auch ohne ADHS, das hat jetzt was mit Wachhalt zu tun, das hat was mit verschobenem Tag-Nachdruck zu tun. Bei mir fängt es halt an, das Gehirn anmachen, fängt an mit Schlaf. Ich habe das jetzt in diesem Vortrag nicht ganz ausführlich, aber meine ADHS-Therapie beginnt erstmal damit, dass ich halt vielen ADHSlern einen Tag-Nacht-Rhythmus beibringe, beziehungsweise ihnen ein bis drei Milligramm Melatonin zur Nacht empfehle. Damit das Einschlafen besser klappt. Ich habe jetzt gerade einen Patienten, den ich schon drei Jahre betreue, den ich eigentlich sehr, sehr gut kannte, dachte ich, für mich auch ein super ADHS-Beispiel, den habe ich jetzt ins Schlaflabor geschickt. Der hat wahrscheinlich ein schweres Schlaf-Apneus-Syndrom. Der ist super erfolgreich, der hat nie über Müdigkeit geklagt, aber der wird also sozusagen als eine der zusätzlichen Ursachen oder Komorbiditäten zum ADHS, wird der noch ein Straf-Apneus-Syndrom machen. Also ADHS ist auch häufig sozusagen etwas, was mit Wachheit oder wir sagen dazu Vigilanz zu tun hat, also das heißt, die innere Grundspannung sackt ab. Und dann muss ich die sozusagen wie so eine Kugel den Berg hochschieben und sie aktivieren. Und das in dem Alter viel Spaß. Und ich finde den Vergleich zu einem Dynamo da ganz gut. Also das heißt, ein Dynamo gibt nur Licht oder nur Energie, wenn man tritt. Und sehr, sehr häufig ist es halt so, ADHSler machen sich selber richtig über Aktivitäten, über Unruhe. Aber es gibt so Hypothesen, dass es ein Teil der Problematik eigentlich so ist, dass es eine Vigilanzstörung ist. Also das heißt, die innere Grundspannung ist zu niedrig und ich muss ständig was tun, um mich selber in Aktivität zu bringen. Und das Schwierige ist aber die Gleichmäßigkeit. Also das heißt, entweder ich gebe total viel Gas oder ich bin zu langsam. Und die situationsangepasste Situation funktioniert nicht. So. Wie schaffe ich das jetzt, dass das Gehirn angemacht wird? Das muss man individuell mit den Kids oder mit den Erwachsenen besprechen. Das heißt, ich frage da immer nach Energiewampiren, also Sachen, die sozusagen Energie klauen und sozusagen Energiespendern. Was könnte das zum Beispiel sein, was halt Energie gibt? Der Kontakt mit anderen ADHS. Also eine Selbsthilfegruppe. Dort fühlt man sich verstanden. Oder eben so eine Jugendfreizeit bei Tokol. Nichts ist besser als zwei Wochen unter anderen ADHS-Lehrern oder Autisten zu sein. Also mal nicht ausgestoßen zu sein, nicht anders als die anderen zu sein, dazu zu gehören, ist gut. Überhaupt Vereinsarbeit, also das heißt Feuerwehren, wir überlegen halt, ob diese, wie heißen die, Julaika-Fortbildung oder Förderung, dass man dort die Jugendleiter halt auch speziell in dem Bereich ADHS und Autismus schult. Weil viele Vereine, habe ich vorhin schon gesagt, leben halt von ADHS und weil es halt hoch engagierte Menschen sind. Das Problem ist aber, dieses Fenster zwischen Unteraktivierung und Überreizung ist im Prinzip eher ein Fensterspalt. Also es ist total schwierig, sozusagen das Mittelmaß zu finden. Und so wie ich halt als Assistenzarzt häufig gekippelt habe auf dem Stuhl, um mich wachzuhalten, in diesen langweiligen Psychotherapiegruppen, so ähnlich ist das halt das Leben für viele ADHSler auch. Sie sind halt ständig in einem labilen Ungleichgewicht und drohen halt abzustürzen. So, was sind Aktivaturen? Also es wäre gut, wenn man schlafen könnte. Also wir können jetzt ein ganzes Symposium nur über ADHS und Schlaf machen. Das ist ein Riesenproblem. Wie gesagt, meine erste Empfehlung, Handys weglegen, kriege ich nicht hin. Meine zweite wäre halt wirklich, sich eine feste Aufstehzeit festzumachen. Und das dritte wäre eben Melatonin oder bei uns teilweise auch Valdoxan als Antidepressivo. Das bringt manchmal Wunder. Also ich habe in unserer erweiterten Nachbarschaft, ich spreche da mal von der schwarzen Nell. Also Nell ist ungefähr, also damals war die Kopf kleiner als meine Kinder. Die lief halt immer im Sommer mit dicker Parker rum und im Winter natürlich mit kurzen Sachen. Schon sehr verdächtig auf ADHS. Die gesamte Familie war ihm im Dorf bekannt als Karoten und bei unserem Kinderpsychiater erhielten die halt Dosen von Konzerter. Die waren so hoch, dass ich mir das überhaupt nicht vorstellen konnte. Das war also, der hat so 2,1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht da dosiert. Das war ungefähr, also das Zweieinhalbfache von dem, was ich geben würde. Und der kam gerade aus Italien und ich hatte für mich selber wie gegen meine Schlafstörung hatte ich mir Melatonin besorgt, von der Drogerin. Und dann habe ich diese Mutter getroffen und die hat dann so erzählt, ja, es gibt keine Nacht, wo die Kinder mal vor 22 Uhr ins Bett kommen. Und sowas wie Intimität mit meinem Mann gibt es schon lange nicht mehr. Und es gibt keine Nacht, in der ich vernünftig durchschlafen kann. Also die ersten 6 Jahre, wo die Kinder so klein sind und sowas, das ist ja fast normal, dass die Mütter sozusagen so eine Schlafmangel-Demenz bekommen. Aber danach, also sozusagen bis 18 wäre es ja schön, wenn man mal irgendwie eine Nacht schlafen könnte. Und dann habe ich halt den 1 Milligramm oder 3 Milligramm Melatonin empfohlen. Inzwischen gebe ich dann halt eher so von Green Dog irgendwie oder von einer anderen Zitronenmelisse und Melatonin. Und siehe da, plötzlich konnte die gesamte Familie schlafen. Und die Dosis von dem Methylphenidat ist halbiert gewesen. Und, also das heißt, ADHS-Therapie bedeutet manchmal dort anzusetzen. Das Zweite, was auch trivial ist, ich habe jetzt halt ja eine Stelle in Tescho, dort ist Essen inklusive. Also das heißt, ich kriege jeden Morgen ein Frühstück. Das ist etwas, das kannte ich also seit meiner Schulzeit nicht mehr. Wenn ich aber nicht gefrühstückt habe, beziehungsweise meinen Kaffee, mein Kaffee nur aus Frühstück besteht, also mein Frühstück nur aus Kaffee, dann fehlt hier oben was, nämlich Glucose. Dann kann auch kein ADHS-Medikament wirken. Sie können psychiatrische Störungen unter anderem vom Schweregrad her abschätzen, von der Anzahl der Mahlzeiten, die gemeinsam in der Familie am Tisch eingenommen werden. Und leider ist es so, dass unsere Gesellschaft sich dahingehend verändert hat, dass wir sozusagen immer entfremdeter sind. Das heißt, die Kinder gehen zu den blödesten Zeiten zur Schule, also erstens viel zu früh, in der Pubertät, zweitens viel zu lange, und dann kommen wir alle zu unterschiedlichen Zeiten nach raus. Also gemeinsame Mahlzeiten gibt es nicht mehr. Oder immer selben. Das nennt sich dann Fortschritt, dass halt die kleinen Schulen immer mehr geschlossen werden und dafür mein Sohn damals noch in der alten Schule um 35 Uhr aufgestanden ist, um um 8 Uhr in der Schule zu sein. Da kommen mehrere Sachen zusammen. Schlaf fehlt, Essen und Trinken fehlt, Sport fehlt auch, weil Vereine kann er gar nicht mehr aufsuchen, wenn er erst um 16 Uhr nach Hause kommt. So, Kreativität, Musik, Malen, Artistik, das wären alles Ressourcen von Adi Eslan, aber das fehlt halt eben auch. Die Hobbys kommen immer weiter, werden immer weiter gekürzt. Bei uns macht jetzt im Dorf der Jugendclub dicht, weil natürlich auch unsere Gesellschaft sich dahingehend verändert, dass die Kinder sich nur noch per WhatsApp oder wo auch immer treffen. Das heißt, diese Vereins oder diese Kultur, sich im Real Life zu treffen, das wird weniger. So, was meine ich mit dem Coaching-Ansatz? Ich bin vorhin in der Pause nochmal so angesprochen worden, da hat eine Mutter, ich glaube jedenfalls es ist eine Mutter, hat gesagt, ja, die ist jetzt halt in der Verhaltenstherapie, weil ihr Sohn hat ganz viel so Bilder im Kopf und der redet oder fühlt fast nur in Bildern und der Verhaltenstherapeut strengt sich jetzt an, ihm das auszutreiben, weil wir Verhaltenstherapeuten halt immer mit Kognition, also mit Gedanken und Wörtern und sowas arbeiten und dieser der Psychotherapeut hat jetzt die Angst, dass der Junge eine Psychose entwickeln kann, weil er ja angeblich halluziniert. Das ist totaler Unfug. Also ich mache es genau umgekehrt. Also ich versuche mit den Kindern in Wöldern zu kommunizieren. Und ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, wenn ich jetzt halt nicht hier wäre, sondern auf der, also früher haben wir es gemacht, in den Osterfreizeiten von Tocoll, da habe ich 30 Minuten Psychotherapie mit den Kindern gemacht. Das war die gesamte Psychotherapie, das mussten die Eltern auch selber zahlen, 30 Minuten mit mir, 30 Minuten habe ich mit dem Kind gearbeitet. Die erste Aufgabe, die ich immer gemacht habe, stell dir vor, also übersetzt mal, dass dein, ein Lehrer, bei dem du eine Minute besser wärst, wenn der Lehrer nicht so doof wäre. Ich glaube, Sie wissen, was ich meine, also haben Sie eine Schwiegermutter geht das auch. Ich fange, bei meinen Patienten sage ich immer mal, stell dir da mal einen Kugelfisch vor. Also dieser Lehrer als Kugelfisch, welche Farbe hat der? Wie groß oder wie schwer ist der? Also ist das Muster der Schuppen, ist das irgendwie gleich, oder sind da Punkte oder Streifen drauf? Wie schnell schwimmt der? In was für einer Umgebung schwimmt der? Und dann sage ich halt den Kindern, klopft einfach mal so, oder wenn die bei mir sind, und dann mache ich so wie bei EMDR Augenbewegungen. Und dann lasse ich halt dieses Gefühl von diesem Lehrer in ein Bild übersetzen. Und das können die Kinder sofort. Wenn ich jetzt ein bisschen mehr Zeit hätte, würde ich noch erklären, warum das so ist, beziehungsweise, dass man sich eigentlich in diese Lehrkraft hineinversetzen müsste und dass man das dann mit ganz vielen machen sollte. Aber, wie gesagt, mit den Kindern habe ich ja auch nicht so viel Zeit. Und dann kommt etwas, was ich Therapieweg nenne, oder Lego-Star-Wars-Therapie. Ich sage denen dann immer mal angenommen, es gäbe so etwas wie artgerechte Haltung für Kinder. Und es gäbe ein Lego-Star-Wars-Planeten, wo es das im Norden dieses Planeten gäbe. Beschreib mir mal, das Wetter im Norden dieses Planeten. Also ist da jetzt Tag oder Nacht, welche Jahreszeit ist da, wonach riecht es, wenn du da lang gehen würdest, wie fühlt sich das an deinen Füßen an, also ist das Sand, oder Gras oder Stein oder Holz. Wenn man da wäre, könnte man was hören. In der Traumatherapie nennen wir das innerer Garten oder sicherer Ort. Gut, dann sage ich halt, diesen Ort, den kannst du in deiner Fantasie häufiger aufsuchen. Und auch da, mach mal kurz Urlaub, bisschen klopfen. Und dann sage ich halt, das Leben ist aber nicht immer so schön und manchmal kommt es anders als erwartet. Wenn wir jetzt im Norden deines Planeten wären und wir würden dann Richtung Süden gucken, in den Südpol, wie sieht es da aus? Und ich glaube, kein Kind, mit dem ich jemals da gearbeitet habe, kann diese Methode kennen, weil die haben wir uns selber ausgedacht. Aber durch die Bankfix beschreiben die Kinder das als einen Ort, wo sich nichts verändern lässt. Also so ein bisschen, ich weiß jetzt nicht mehr bei Harry Potter gibt es da auch so einen Ort, wo zu der verdammt ist und wo gar nichts mehr geht. Und so ähnlich beschreiben die das auch. Und die sagen halt, da ist es halt total dunkel, da ist entweder Eis oder Lava oder etwas, wo man keinen festen Boden unter den Füßen hat. Es ist neblig, es donnert, es regnet. Und von dort aus kommt man nicht wieder weg. Und dann haben mir die Kinder mal gesagt, weißt du, ich gehe deshalb nicht zu den Psychologen, weil die mich immer genau in diesen Ort zurückbringen. Ich versuche sozusagen die ganze Zeit Scheiß zu machen, irgendwie woanders zu sein und dann muss ich wieder über Probleme hin. Und dann habe ich halt meine Kinder mal gefragt und das Entscheidende ist halt, gute Therapeuten machen das anders und das sind auch jetzt vor allem Ergotherapeuten, die beenden eine Stunde immer mit Erfolg. Das heißt, sie sind immer irgendwie am Nordpol dann angekommen. Aber das Interessante ist, wenn Sie jetzt die Kinder fragen, gibt es einen Weg von Norden nach Süden oder von Süden nach Norden, dann beschreiben die ihnen einen Weg, eine Straße, eine Baumfahrt, einen Tunnel, ein Wasserweg oder was auch immer. und durch die Bank ist der Richtung Süden, wird der immer kaputter. Da sind Risse, da sind Hindernisse, da sind, teilweise ist der Planet auch ganz in der Hälfte halbiert. Da sind wir dann in der Nähe der Borderline-Störung. Aber das Entscheidende ist, dass es halt sehr, sehr schwer ist, vom Süden in den Norden zu kommen. Und deshalb fange ich im Norden an. Also ich lasse mir diesen Weg beschreiben und wir machen da nichts anderes als so Klopfen oder Augenbewegung und sehr, sehr häufig verändert sich der Weg. Was sich aber immer verändert, ist die Selbstkontrollüberzeugung der Kinder. Die merken, sie können selber was machen, sie sind nicht auf uns Psychos angewiesen. Ich könnte jetzt noch ganz, ganz viele Beispiele da nennen, das sind alles Methoden, die Kinder sich ausgedacht haben. Nicht wir Psychologen. Das sind Abwandlungen, die auch in der Psychotherapie gemacht werden als Imaginationsverfahren beziehungsweise stammt vom Freund von mir, Johannes Triechel und seiner Familie. Aber das Entscheidende ist, dort geht es eigentlich darum, jemanden zu begleiten. Also Coaching heißt Begleitung auf einem Weg und das, ich weiß nicht, ob irgendjemand jetzt in so einem Kolpinghaus, Seelsorge, also ich bin nicht besonders gläubig, aber Seelsorge ist eine Begleitung. Das heißt, da fragt man nicht, warum machst du das, sondern einfach nur, ich bin da, ich begleite dich. Und das ist gute Psychotherapie beziehungsweise gutes Coaching und ich habe eine sehr gute Diakonin bei uns, die jetzt den Jonas im Konformantenunterricht hat, von der habe ich das gelernt, dass es häufig so ist wie ein Irrgarten, ich muss aber jemanden nur begleiten, also ein Irrgarten hat einen Anfang und ein Ende, aber sie wissen alle, wie schwierig das ist. Also wie häufig man verzweifelt. Und Coaching bedeutet halt, ich begleite jemanden. Und leider ist es halt so, das habe ich halt schon gesagt, man ist häufig wie so ein Kameltreiber als Eltern oder als Therapeut. Man tut da Dinge, von denen man weiß, dass das für das Kind oder die Jugendlichen richtig ist, aber man tut das nicht besonders gerne. Hinterher sind die Kinder aber einem in aller Regel dankbarer, für das man das macht. Und allein, dass sie hier am Wochenende oder am Samstag jetzt hier verbringen, das zeigt, was für einen Einsatz sie da bringen. Die ganzen Selbsthilfegruppen, also das ist Wahnsinn. Aber eben diese Schwierigkeit, die Kinder selber können das nicht, weil ihr Gehirn dieses Umsetzungsproblem hat und weil es halt auch noch nicht die Reife hat. Also das heißt, wenn ich 30% Entwicklungsverzögerung habe, dann habe ich mit 17, wenn ich zur Lehre gehen soll, habe ich noch die Flausen eines 12-Jährigen im Kopf. Und das zu verstehen, was das Gehirn kann, was es nicht kann, das ist dann tatsächlich schwierig. Die Schwierigkeit ist halt, den Arsch hochzukriegen. Also der Hälte sagt immer, dass ich den Arsch hochkriegen soll. Ich finde, das klappt schon ganz gut. Ja. Aus Sicht des ADHS-Lass ist es halt unglaublich fies, was wir von denen verlangen. Und in gewisser Weise, also Choriel Neuhaus würde jetzt sagen, also manchmal muss man da so ein bisschen mitprobieren und sagen, ja, ist auch schwierig, aber wir fangen jetzt halt mal gemeinsam erst mal so mit dem Auspacken des Schulranzes an und dann lassen wir uns halt nicht so überraschen, was da noch alles lebt, sondern es hilft ja nichts, wir müssen halt einmal da Ordnung reinbringen und am besten jede Woche sonntags halt und sagen, nochmal wieder neu anfangen. Nicht erwarten, dass es dann in der nächsten Woche besser ist. Und diese Daueranstrengung hinzubekommen, das ist echt Hardcore-Arbeit. Das kann man jetzt leider nicht so richtig gut erkennen, aber ADHS-Lass brauchen Rituale und Strukturen und leider, ich bin jetzt wirklich nicht so konservativ, aber in unserer Gesellschaft gehen Rituale immer weiter verloren. Und vielleicht auch so Sachen, auch mal, dass die Väter oder die Mütter Raum haben, einfach ihren Frust loszulassen. Also ich glaube, das kennt keiner mehr von uns, aber in Bayern ist es ja durchaus üblich, dass die Männer dann irgendwie ins Wirtshaus am Sonntag nach der Kirche gehen und über die Frauen lästern oder was trinken oder so. Jetzt muss man dann halt irgendwie Joggetee in einer, was weiß ich was, Gruppe, Yoga und sowas machen. Das ist ja auch gut, aber auch Achtsamkeit, die immer der Ersatz ist für Frust und Ärger und sowas, weiß ich nicht. Aber das, was wir brauchen, ist, dass halt die Eltern auch mal freiräumen haben. Und ich kann es jetzt nur für mal, also ich habe tolle Schwiegereltern, aber die sind halt 400 Kilometer von uns entfernt. So diese Großfamilienstruktur, wenn Sie versuchen, ein Kind mit ADHS da mal loszuwerden für ein Wochenende, keine Chance. Also meine Mutter beschwert sich dann immer, dass sie die Enkel nicht gesehen hat, aber sie wertet meine Kinder dann auch sofort ab. Das heißt, die kann ich da nicht hinschicken, ohne dass sie da traumatisiert werden. Umgekehrt, gibt es kaum ein Wochenende, was ich allein mit meiner Frau verbringe. Also seit 14 Jahren jedenfalls nicht. Und diese Schwierigkeit, dass wir also einerseits Struktur und Rituale geben, aber dass wir selber eben da immer weniger Zeit für uns haben, das ist halt echt so wichtig. Dann ist halt der Punkt, das, was man erwartet, ist das Unerwartete. Also die Schwierigkeit bei ADHS ist, wenn irgendetwas vorhersehbar ist, dann, dass die nächste Katastrophe kommt. Und das ist, also in gewisser Weise ist es lustig, weil ich habe jetzt auch bei der Vorbereitung hier, ich habe dann erst gedacht, auch jeden meiner Vorträge, ich muss hier nicht nach Beispielen suchen, wo auch noch was schwierig ist. Ich bin ja schon froh, dass ich hier angekommen bin. Also ich war mal in Sassenburg, das ist anderthalb Stunden von mir entfernt. Das war noch zur Zeit, da hatte ich kein Navi und kein Handy. Ich habe mich wirklich gut vorbereitet mit Google Maps. Ich bin zu so einer ähnlichen Veranstaltung gefahren, in ein Schulzentrum, Schulzentrum Sassenburg. Ich wusste in etwa, wo das ist, dachte ich jedenfalls und ich dachte, dass das, ich habe einen Ausgangszustand und ein Ziel und ich bin da definitiv nicht angekommen. Also ich habe eine Dreiviertelstunde, ich bin im Dreieck gefahren und ich habe Sassenburg nicht gefunden und die Schulzentrum. Bis ich dann später, also ich war wirklich im totalen Tiltzustand, ich konnte nicht mehr, es war mir auch super peinlich, da 100 Leute warten zu lassen, aber ich habe dann hinterher erfahren, Sassenburg selber gibt es nicht. Das ist eine Samtgemeinde aus drei Orten. Und mein Gehirn war sozusagen auf dieses Ziel Sassenburg aus. Was anderes kam gar nicht mehr an. Und im Alarmzustand konnte ich nicht mehr denken. Und so geht es halt vielen unserer Kinder auch. Also das heißt, wenn man jetzt im Alarm ist, dann ist es so, als ob ich direkt vor der Tafel stehe und ich müsste jetzt drei Schritte zurück. Ich hätte ja einfach nur anhalten müssen, ich hätte irgendjemanden fragen müssen. Aber auch auf diese einfache Lösung bin ich nicht gekommen. Und diese ganz simplen Sachen, dass man sich vorbereitet hat, dass man genügend Zeit eingeplant hat und dann findet man den Veranstaltungsort nicht, also damit rechne ich inzwischen fast schon. Was ist hilfreich für Kinder mit ADHS? Also erstens, ich muss den anderen einschätzen können. Und je authentischer der ist, desto besser. Das Zweite ist, klare Regeln und ich habe das ja schon ein bisschen angedeutet mit der Zeit. Also ADHS, wir haben eine Zeitblindheit. Also ich wusste jetzt, gut, Hühnfeld hatte ich schon mal gehört, in Hagen auf unserem Posten. Aber ich wusste ehrlich gesagt nicht, ob Hühnfeld bei Bremen oder sonst wo ist. Normalerweise plane ich die Wegstrecke von zu Hause hierher nicht ein. Weil ich bin ja da. Also im Kopf bin ich schon beim Vortrag. dass das aber dreieinhalb oder von TESO sieben Stunden Fahrt ist, dass ich da auch irgendwie physikalisch hinkommen muss. Das plant das ADHS-Gehirn nicht ein, weil es kein Gefühl für Zeit hat. Also es gibt nur zwei Zeitzustände. Jetzt oder nie. meinen Patienten sage ich das halt auch, auch bei den Regeln. Also wenn ich halt Medikamente ansetze, ich sage nicht, erwarten Sie auch, dass Sie dieses Medikament kriegen. Sondern ich habe halt ein Defizit im sogenannten prospektiven Gedächtnis. Also etwas, was ich erst in einer Stunde umsetzen kann, das vergesse ich. Das fällt mir dann heute Nacht ein. Aber was sage ich meinen Patienten? Ich sage, gehen Sie bitte runter in den Care-Point, also zu den Schwestern und die sollen die Akte, also ihre eigene Akte in mein Fach legen. Ich muss das sozusagen ins Zeitfenster hier und jetzt bringen. Ich muss das physikalisch sehen können. Das ist einer der Gründe, warum die Schreibtische von ADHS-Gehirn so aussehen, wie sie aussehen. Weil etwas, was im Schrank ist, das existiert nicht. Umgekehrt, meine Mutter, also die natürlich kein ADHS hat, hat inzwischen vier Arbeitszimmer und wenn der Schreibtisch voll ist, kommt das in eine rote Wanne. Wenn die rote Wanne voll ist, kommt das in einen Schrank. Wenn meine Mutter irgendwann verstirbt, werde ich ungefähr 40 rote Wannen finden. Von diesem nicht ADHS. Meine Mutter ist chronische Schmerzpatientin, also so viel auch zu den Komorbiditäten. Sie ist Apothekerin und sie kriegt ganz viele Opiate und jetzt hat halt ihre Schmerztherapeutin, hat ihr gegen die Nebenwirkungen dieser ganzen Opiate ein Medikament verschrieben. Das heißt Ritalin-Adult. ADHS gibt es in der Familie nicht. Also sie glaubt bis heute nicht, dass sie ADHS hat. Also sie wird sozusagen jetzt auf chronische Schmerzen mit Ritalin-Adult behandelt. Man merkt es ihr an, also ohne das Medikament ist es eine Katastrophe. Mit dem Medikament ist es einigermaßen auszuhalten mit ihr, aber es ist trotzdem so, dass ich ganz ehrlich also den Kontakt lieber meide, weil es halt unbehandelt sehr, sehr, sehr schwierig ist. Aber sie macht sozusagen als Senioren Studium, seit 1984 studiert sie angewandte Kulturwissenschaften und schreibt jetzt ihre dritte Magisterarbeit, die erste, also nur damit sie ein Beispiel haben, was kein, also was neurotypische Menschen so machen wie meine Mutter. Die hat über Glasmalerei im Güneburger Rathaus eine Arbeit gemacht. Damit sollte sie in eine Enzyklopädie der Kunstgeschichte und dann kam irgendwie heraus, dass sie keinen Professorentitel hat. Deshalb ist sie da abgelehnt worden. Dann hat sie diese gesamte Arbeit weggeschmissen und hat was komplett anderes an dem Fall über Nietzsche. Und als sie es drohte damit fertig zu werden, hat sie noch was ganz anderes gemacht. Und bei mir beschwert sie sich, dass sie 13 Jahre für eine Doktorarbeit gebraucht haben. Ja? Ich kenne das aber auch noch ganz wichtig, bei den klaren in den leutigen Strukturen, dass das aber auch welche sind, die von dem ADS-Tobel der ADS-Tobel akzeptiert sind. Absolut. Ja, also ein Beispiel jetzt dafür, gut, dass Sie es sagen, also wenn wir, also dieses Jahr habe ich da nicht eingeladen, aber wir machen halt bei Tokol einen Betreuer-Workshop, wo wir ehemalige Teilnehmer, die dann zu betreuern werden, schulen. Also das heißt, da gibt es keine Erzieher, keine Psychologen oder so ein Gesetze, sondern das sind 40 ADHSler und Autisten und Hochbegabte und Borderline-Kids, also Borderline gibt es ja nicht bei Kindern, aber die sonst sozusagen als schwerer Erzieher gelten und die Betreuer sind alles ADHSler. Und die Tokol-Regeln sind relativ einfach, du kriegst 10 Murmeln und hüte die wieder in Leben. Wenn du nämlich, also du hast diese 10 Murmeln und du kannst den Murmeln dazu verdienen, du kannst aber auch Murmeln verlieren. Wenn du nicht mindestens 5 Murmeln hast, also am nächsten Tag um 14 Uhr, kriegst du dein Handy nicht. Also du musst alle Elektrogeräte abgeben, also alles, was mit Strom im weitesten Sinne zu tun hat, also Computer und so weiter. Können Sie sich vorstellen, wie begeistert ich bin, wenn ich da hinfahren darf, weil für mich gelten die Regeln ja auch. auf jeden Fall ist es so, ich muss wie auch immer am nächsten Tag noch 5 Murmeln haben, sonst kriege ich mein Handy nicht oder den Computer für anderthalb Stunden. Das gilt dann auch, ich kann ja nicht die Eltern anrufen und nichts, also die Eltern meinen dann immer, die Kinder sterben ohne Handy, das ist nicht so, also die Todesart ist da relativ gering bisher, aber der Punkt ist halt, für die Kinder ist das wichtig und die Betreuer entscheiden, wann man Murmeln verdienen kann und wann man welche abgeben muss. Also für Fehlverhalten werden einem Murmeln abgezogen, das macht kein Verhaltenstherapeut. ADS-Kids sind da rigoros. Also wenn Lärm um 22 Uhr im Zimmer ist und das sind 4 Kids und einer war laut, dann werden jedem Kind da 2 Murmeln abgezogen. Weil wir sind gemeinsam im Zimmer und wir haben gemeinsam Scheiß gebaut. So, es gibt dort 5 oder 6 feste Regeln, also so eine Sache ist, im Haus werden Hausschuhe getragen außerhalb Straßenschuhe, wer sich daran nicht halten kann, kostet eine Murmeln. Dafür kann ich aber auch mit einem Murmeln verdienen, also das heißt über Hilfsbereitschaft oder sowas ist ja für ADS ja nicht schwer. Diese Regeln werden halt wie gesagt von den Betreuern festgesetzt und die Kinder akzeptieren die als Autorität. Aber es werden diese Regeln ganz klar erklärt und es wird auch der Sinn dieser Regel besprochen. Also wenig Regeln, aber die sinnhaft. Und es ist halt wichtig, da auf feste Strukturen zu setzen, also etwas, was wir mit unseren Kindern nie machen würden, aber sinnvoll ist, das heißt, die Duschen abends, also es sollen möglich sein, noch Gruppe Tiere unter die Dusche zu bekommen, kann man dort bei Toko sehen, also jedes Kind muss abends einmal unter die Dusche und zwar so, dass die auch richtig nass sind, also nicht nur, dass sie da drunter stehen, das wird nass kontrolliert. Und diese Geschichte ist, das Nachkontrollieren ist das Entscheidende. Ich mache auch Supervisionen für Jugendhilfeeinrichtungen, die meisten Betreuer kontrollieren das halt nicht. Das gilt auch fürs Aufstehen. Das Entscheidende ist halt, deutliche Strukturen wertschätzen, positiv, aber auch überprüfen. Es geht nicht so sehr darum, dass es viele Regeln sind, sondern es kann sein, dass man nur eine einzige Regel einnimmt. Dass man die aber sozusagen als feste Wenn-Dann-Struktur, also das heißt, ich erwarte einfach, dass du das machst und wenn nicht, dann sprechen wir sofort drüber. Das umzusetzen ist super schwere Arbeit, aber so eine Freizeit ist eine hervorragende Möglichkeit. Dann Zeitablaufsinnweise, wie gesagt, es werden da auch Murmeln abgezogen, wenn man nicht kündig zum Mittagessen kommt, weil das halt gemeinsam losgeht und gemeinsam aufhört. Ich muss dann aber halt sagen, ja, du brauchst eine Uhr, also beziehungsweise einen Wecker, weil dann in Indie nehmen wir die ab. Und ich habe selber, also als ich meine ersten ADHS-Veranstaltungen also in der Klinik gemacht habe, habe ich mal gefragt, wer hat denn alles eine Uhr von meinem Patienten? Das war also die absolute Minderheit. Also ich habe jetzt selber auch keine, das ist so Zeitwahrnehmungsproblem, das ist dann immer spannend. Aber das Entscheidende ist, dass ich halt sage, wir müssen etwas finden, um die Zeit sichtbar zu machen. Also eine Eierruhe oder eben das Pomodoro-Prinzip, wo man halt so einen Wecker stellt und in 25 Minuten Einheiten sozusagen 20 Minuten Arbeit und 25 Minuten 5 Minuten Pause. Das sind alles so Ansätze, wie man Zeit sichtbar macht oder die Zeitblindheit von ADHS-Vern ausgleichen. Dann Regelpläne, also das ist, da könnte man jetzt, glaube ich, ein ganzes Wochenende drüber sprechen. Die Schwierigkeit ist, wenn viele Verhaltenstherapeuten versuchen das, also auch mit Token-Systemen zu arbeiten, aber die wollen zu viel. Also weniger ist dann mehr. Eine Regel, also dass man erkennt, das Kind kriegt sozusagen auch Erfolge, also das heißt, wir können die bei Erfolgen erwischen. Das ist das Entscheidende und gute Regelpläne aufzustellen, ist schwierig. Und da kommt dann dieser Punkt zu frühes Einfordern von Selbstständigkeit. Also wir erwarten, wenn das Kind bestimmte Sachen gemacht hat, dass es das auch durchhalten kann. Nach jedem Wochenende kann das wieder vergessen sein, was man in der Schule anfängt. Ich habe auch Erwachsene, also einer, der hat eine Banklehre gemacht, wenn der ein Wochenende zu Hause war, dann hat der vergessen, was er da bei der Arbeit machen sollte. Ist das Alzheimer? Nein. Und dann eben dieser Punkt, also ich habe halt auch einen sehr schwarzen Huber und gegenüber meinem Sohn bin ich leider nicht so freundlich, wie ich das Ihnen gegenüber bin. Also ich bin da halt manchmal sehr sarkastisch über das Ding auflaufen und das tut mir hinterher fürchterlich leid. Aber man denkt manchmal dann nicht mehr drüber nach, wenn man so im Rast ist und denkt, er müsste es doch wissen. Er weiß es, aber er kann es nicht anwenden. Und warum kann er es nicht? Also wenn wir jetzt vier Wochen, sechs Wochen Zeit hätten, würden wir jetzt über all diese Bereiche nochmal spezieller reden. Nämlich die Selbstaktivierung, dann die Akzeptanz und Selbstregulation des Verhaltens. Also die Schwierigkeit, die auch bei meinem Sohn ist, ich habe ihn schon ein paar Mal mit auf ADHS-Veranstaltungen genommen. Ich habe ihn auch zu Tokol mitgenommen, aber Jonas würde nicht sagen, dass er ADHS hat. Also als ADHSler sieht man sich nicht irgendwie anders. Man fühlt sich anders, aber dass man ADHS hat, nö. Auch bei mir hat das Jahrzehnte gedauert, bis ich das akzeptiert habe. Dann Abspeichern und Zugriff und Löschen des Arbeitsgedächtnisses. Also die Schwierigkeit ist halt, dass wir ADHSler ein Elefantengedächtnis für negative Sachen haben. Und auch wenn die Zeit weit fortgeschritten ist und ich dann die anderen Sachen vielleicht nicht mehr schaffe, aber das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, wo ich am allermeisten bisher im Bereich der Psychotherapie gelernt habe. Das ist ein Mädchen, die war bei mir in Bad Bevenson im September und die ist, kam zu mir und sagte, sie müsste ein Einzelabsagen, weil egal, was ich jetzt mit ihr machen würde, sie könnte da nichts aufnehmen. Und dann habe ich gefragt, was ist denn Schlimmes passiert, dass du so außer dir bist? Und dann meinte sie, ja, sie ist von zwei Wespen gestochen worden. Und das Problem dabei war nicht, dass sie gestochen wurde, sondern, dass sie so doof war, sich stechen zu lassen. Also das heißt, es war nicht der Schmerz, es war nicht Allergie und so was, sondern sie hat sich so über sich selber geärgert, dass sie wie Rumpelstielzchen halt gedacht hat, wie doof kann ein Mensch sein, dass ihm das passiert. Und ich habe es erst nicht verstanden und wollte den Termin auf den nächsten Tag verlegen, da war ich aber auch irgendwo auf dem Symposium und dann habe ich gesagt, du setzt dich jetzt hin und das, was jetzt in den nächsten zehn Minuten passiert, das ändert jetzt nichts daran, ob du depressiv bist. Also wir machen einen Deal, du bleibst depressiv, egal was passiert. Weil du bist wegen Depressionen bei uns in der Klinik, du bist Privatpatientin und mein Chef erstickt mich, während das anders wird. So, dann habe ich gesagt, übersetzt mal das Gefühl, an einem Tag von zwei Wespen gestochen zu werden, in ein Bild. Komische Frage, oder? Also unsere Patienten in der Musiktherapie sollten jetzt das Wochenresurteil der Woche in Musik übersetzen, also könnte ich nicht. Aber dieses Mädchen konnte das, sie hat gesagt, es ist eine Regenwolke, aus der es regnet und donnert und blitzt und überall sonst ist Sonne. Alle anderen denken, es müsste doch leicht sein. Ja, gut, dann habe ich gesagt, okay, wir machen jetzt mal so zehn Augenwegen, wir machen Regenwolkenwäsche und wie gesagt, wir erwarten jetzt nicht, dass es besser wird, aber Überraschung, Überraschung, die Wolke klart darauf. Und sei es, weil das so albern war oder wie es auch immer, da ging es besser. Dann habe ich gesagt, so haben wir nicht gewettet. Also auch ein bisschen paradoxe Intervention. Ich habe gesagt, ich kann, also ja, du hast mir versprochen, dass du depressiv bleibst. Und jetzt will ich aber auch, dass du dich an das Versprechen hältst. Und dann meinte sie, ja, habe ich. Weil das, was ich habe, das ist keine Depression. Also ich habe zwar schon zwei Selbstmordversuche und ich hatte auch schon Depressionen, aber das, was ich habe, ist keine Depression. Das verstehen aber die Psychiater und die Psychologen nicht. Herr Winkler, Sie müssen sich einen Zeitsprall vorstellen. Der geht hier los und auf der anderen oder gehen wir mal so hier, die Decke sozusagen, auf der einen Seite ist Gegenwart und Zukunft und auf der anderen Seite ist der erste Tag in Ihrem Leben. Und überall da, wo sie schon mal in so einer beschissenen Situation war, ist ein Regenwolk. Und sie hat mir dann erklärt, dass das Schlimme an ihrer Situation ist, dass sie ein assoziativ vernetztes Gehirn hat. Sie meinte, als Psychologe musste ich ja wissen, was das ist. Wissen Sie auch alle? Die gleiche Situation hat halt alle früheren Situationen mit aufgerufen. Wie so ein Dominoeffekt. Und damit wusste sie, das einzelne Ereignis ist nicht schlimm, aber sich über eine Wespe aufzuregen und das regnet aus 10.000 Regenwolken, das ist eine Katastrophe. Das Zweite, das ADHS-Können kennt keine Zeiten, die waren alle gleich, das ist sozusagen wie meine Arztbriefe, oder Akten, die ich nicht erledigt hätte, wenn ich da immer den Eingangsstempel neu drauf mache. Immer aktuell. So hoch. So ähnlich war es bei ihr auch. Und das Problem an der Sache war jetzt, dass sie genau wusste, dass es da schlimme Ereignisse gab, aber dass sozusagen ein abgebrochener Bleistift nicht so schlimm ist wie eine fast Vergewaltigung. Die Regenwolke sah aber gleich aus. Gut. Wir hatten ja noch ein paar Minuten, ich habe dann halt gesagt, jetzt machen wir 10.000 Regenwolken, warum denn nicht? Wir haben das also gemacht und die Regenwolken wurden unterschiedlich. Die meisten verschwanden und dann habe ich halt etwas gemacht, ich habe sie gefragt, sag mal, wo war die erste Regenwolke? Und dann hat sie gesagt, ja, da war sie ungefähr drei Jahre und das war gar nichts Schlimmes, ganz im Gegenteil. Sie hat die weltbeste Mama, die weltbeste Mama hat gesagt, Lieschen, du vergisst halt häufig Sachen, aber jetzt wäre es halt wichtig, wir wollen in die Sommerferien und du weißt ja, du kriegst so leicht eine Blasenentzündung und wenn du im Kindergarten bist, musst du immer deine Hausschuhe tragen. Ja, Mama, mache ich ganz, ganz, ganz bestimmt. Sie war im Kindergarten und dann hat sie die aller, allerliebste Erzieherin. Also wirklich ein Traum von einer Erzieherin. Und die Erzieherin mag Lieschen also noch mehr als ihre eigene Kinder. Aber die Hausschuhe waren nicht da. Und dann hat sie gesagt, ja, weißt du, so langsam wäre es Zeit, dass du auch mal Konsequenzen deines Verhaltens lernst. Also such die Hausschuhe und so lange läuft es halt und warf. Das war jetzt ein beschissener Tag. Paul spielte nicht mit ihr, die Bleistifte brachen immer ab, da gab es zum Mittag etwas, was sie überhaupt nicht wollte. Und es war ein richtig, richtig beschissener Tag. Wie viele im Leben von Lieschen. Nur mit dem Unterschied, dass sie sonst halt mit der Erzieherin halt gekuschelt hätte und die hätten so ein sorgenfreies Ritual gemacht und hätten halt darüber gesprochen, was passiert wäre. Aber mit ihrem Gerechtigkeitsempfinden hätte sie die Mama also verpfeifen müssen. Dass nämlich die Mama gesagt hat, sie müsste halt die Hausschuhe tragen. Gut, manchmal ist es halt so, dass die Erzieherin keine Zeit und ist krank. Dann hätte sie das Gleiche mit der Mama gemacht. Aber dann hätte sie die Erzieherin ja verpfeifen müssen. Das heißt, sie war in einer Zwickmühle. Und seit dieser Zeit ist das Gehirn scharf geschaltet. Also das heißt, sie hat eine Intoleranz für diese Ambivalenzsituation. Das heißt, so wie Kreide, die an der Tafel quietschen, sie hielt diese Situation nicht gut aus. Entscheidung, Unsicherheit, Ambivalenz, Spannung. Das ist eine Alltagssituation, das ist kein Trauma. Aber seit dem Kindergarten gab es halt 10.000 weitere solcher Situationen. Und irgendwann ist dieses Mädchen in eine Controlletti-Frau geworden. Also das heißt, das ehemals verspielte Kind hat alles gemacht, damit sie nicht wieder in solche Hilflosigkeitssituationen kommt. Und das sah aus wie eine Zwangsstörung. Und was sie dann halt gesagt hat war, sie hat depressive Episoden gehabt und die sind viel, viel besser. Weil da habe ich ein Gefühl der Gefühllosigkeit. Dann muss ich aber nicht die 10.000 Regenwolken spüren. Und da habe ich nicht dauernd Angst, dass es wiederkommt. Und die hat mir sehr, sehr geholfen, weil diese Form von Depressionen, diese affektive Labilität, die wird natürlich durch Antidepressiva nicht besser. Und wenn es irgendetwas ist, was Sie hier mitnehmen sollten, dann, wenn ein Kind oder ein Jugendlicher Antidepressiva bekommt, speziell Serotonin wie der Aufnahme immer, und es wird nicht besser, denken Sie bitte an ADHS oder diese affektive Labilität. Wenn ein Kind Angststörungen schildert und es sind eher reale Ängste von so Alltagssachen, sollte man auch an ADHS denken. Ich habe lange in Kliniken für Essstörungen gearbeitet. Kein Mensch denkt bei einer Bulimikerin oder bei einer Anorexie-Patientin an ADHS, aber es ist extrem häufig da. Und über Bordereien könnte ich jetzt auch ganz viel sagen, aber das Entscheidende ist, je intelligenter ein Kind ist, desto mehr findet es Ausgleichsmöglichkeiten für diese höheren Handlungsfunktionen. Wir können die ersetzen, aber wir müssen dann sozusagen andere Hirnareale mit aktivieren und das ist unglaublich anstrengend. vor allem eben die Daueranstrengung, kurzzeitig kann man das, aber sozusagen im Alltag das hinzubekommen ist super schwer. Und da kommen wir dann eben zu diesem Punkt, dass häufig die Kinder im Kindergarten oder in der Schule das noch einigermaßen hinbekommen, aber zu Hause dann zusammenbrechen und dort die ganzen Probleme auftauchen. Also das heißt, kurzzeitig können die Kinder das ausgleichen, langfristig nicht. Und für mich bedeutet halt ADHS-Therapie Skills, also Skills ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber jedenfalls Kompetenzen in diesen Bereichen des Aufmerksamkeitsmanagements zu finden, im Bereich der Daueranstrengung, Emotionsmanagement, also das heißt, wie gehe ich mit Stress und Kritik rum. Ich habe Ihnen jetzt halt diese Arbeit mit inneren Bildern vorgestellt, also Emoflex, weil das etwas ist, was die Kinder wirklich innerhalb von 30 Sekunden können. Also das muss man nicht üben. Da muss man jetzt nicht progressive Muskeln gespannend machen, da muss man keinen Yoga-Kurs machen. Das ist etwas, was die Kinder sozusagen automatisch können. Ich verstehe halt nicht, wir haben halt versucht, das auch Fachleuten nahe zu bringen, dass man halt so mit den Kindern arbeiten kann. Die Schwächen, die sie angeblich haben, die Tagträume, Träumerei, die Arbeit, also das Imaginieren, was die Ablenkbarkeit, das können wir ja als therapeutische Ressource nutzen. Und die zweite Sache, die sozusagen damit verbunden ist, wir können eben auch als Eltern dann gucken, dass wir auch mal abschalten können, wir können eben von dieser Tagträumerei der Kinder auch lernen und ich mache das dann eben auch mit meinen Erwachsenenmanagern und was weiß ich was, Lehren und sowas, ich bringe denen das bei, was die Kinder als Störung haben und das nenne ich dann Achtsamkeitstherapie. Also ein Kind, gerade heißt es ja immer in der Achtsamkeit, er lebt immer im Hier und Jetzt. Also das heißt, in so einer Wellnessklinik, wir sind ja keine Wellnessklinik, aber jedenfalls, in so einer Super-Privatklinik vermitteln wir ja genau das, was viele Adi-Hessler haben, dass sie im Hier und Jetzt leben, dass sie mal aus dem Denken rauskommen, dass sie abschreiten, dass sie Entspannungsverfahren machen und ein Stück weit geht es eben auch für uns Eltern oder Erzieher, wir müssen halt lernen, etwas für uns zu machen und das ist so, nur zwei, drei Worte dazu noch, also von Christine Neff, das ist eine amerikanische Therapeutin, die nennt das Selbstfürsorgetherapie. Das, was wir machen müssen, ist, wir müssen mit uns selber so gut umgehen, wie wir das mit der besten Freundin oder mit unserem Kind machen würden. Und die meisten Eltern und die meisten Therapeuten haben genau das nicht. Also mal einen Tag für uns selber, für einen Tag in der Sauna oder für Shoppen oder für irgendetwas, das geht eben nicht, weil wir niemanden finden, der das halt übernimmt, die Kinderbetreuung. Dort wäre es halt wichtig, dass wir daran arbeiten, dass es wirklich auch Alltagsbegleiter für ADHS gibt, also das heißt, dass wir über das persönliche Budget oder über andere Maßnahmen, haben, so wie das halt in der Pflege inzwischen möglich ist, Verhinderungspflege, dass man auch für ADHS-Familien halt jemanden findet, der immer die Eltern für einen Tag oder ein Wochenende da rausnimmt. Das Gleiche gilt aber eben auch für die Therapeuten oder für Lehrer und Erzieher. Wenn ich halt so eine Arbeit mache, ich muss auch mal Zeit für mich selber haben. Und das sind nicht nur die Sommerferien. Und für mich ist es so, das ist vielleicht eine ganz große Utopie, aber ich möchte halt, dass wir irgendwann da hinkommen, dass wir halt eine artgerechte Psychiatrie entwickeln. Also ich habe damals, als ich in Mainz war, bei Professor Benkert, ich bin da hin, weil ich halt in Bad Bramstedt rausgeflogen bin, wegen der Behandlung einer Borderlinerin, und ich bin als naiver ADHSer dahin und habe gesagt, ich möchte, Herr Benkert, dass Sie halt in das Pharmakotherapie Psychiatrischer Störungen im Erwachsenenalter, ADHS gibt es auch im Erwachsenenalter. Nur diesen einen Satz wollte ich da drin sagen. Und den gibt es da inzwischen, also insofern habe ich mein Lebens erreicht. Aber es geht jetzt noch weiter, ich habe damals eben gesagt, wir müssen halt dahin kommen, dass wir diese Exekutivfunktion zur Beschreibungsebene von Stärken und Schwächen machen, dass wir halt gucken, welche dieser Stärken haben die Kinder, welche nicht, und das möglichst frühzeitig, und dass wir über viele Sachen halt die Kinder unterstützen. Und jetzt kommt etwas sehr, sehr, sehr Plattes. Womit können Sie das am allereinfachsten machen? Über Spiele. Also Gesellschaftsspiele, Sport, das sind die Bereiche, wo wir normalerweise diese höheren Handlungsfunktionen trainieren. Und wenn wir halt das System immer weiter so machen, dass es immer weniger Spielzeit, immer weniger Freizeit gibt, immer weniger Zeit gemeinsam, dann schaffen wir uns sozusagen die Umgebung, wo ADHS oder solche neuropsychiatrischen Störungen, Depressionen immer häufiger werden. Wir sind letztendlich selber schuld. In dem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.